Hi und willkommen zum neuen Fusion 360 Tutorial und heute schauen wir uns das ganze Thema Rippe an. Ich sag mal so, die Funktionen verwende ich selber gar nicht mal so viel, aber die hat schon irgendwie ihre Daseinsberechtigung, ist mir dann aufgefallen gestern. Dann sah sie da, wollte was konstruieren, hab gedacht, kannst du schnell drucken, ne? Dann hatte ich einen riesen Überhang und hab mir gedacht, yo, machst du wieder eine Abrundung? Oder was machst du jetzt da eigentlich? Ich zeig dir mal, wo mein Problem zirka war. Also wir hatten jetzt hier irgendwie einen Körper. Einmal mal, das wollen wir jetzt irgendwie so aus und dann hatte ich irgendwas, was hier nochmal, hier, Rechteck. Ja, guten Morgen Maus, ne? Hast du auch wieder Lust auf mich? Und jetzt läuft sie wieder. Das heißt, wir wollen hier irgendwie raus mit dem Rechteck. Dann gehen wir mit T trimmen und dann hatte ich, ja okay, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, ne? Eigentlich hatte ich jetzt einen guten Überhang, sowas wie das hier. Also das gibt's für Fertigstellen, machen wir mal schnell Volumenkörper da draußen, sagen wir mal 20. Und dann hab ich mir gedacht, ja okay, machst du halt einen Klassiker. Der Klassiker ist halt, du markierst es, ziehst halt eine Abrundung halt so weit rein, bis du denkst so, ja, das bisschen in der Luft, das kann er auch noch drucken, ne? Dann hab ich mir gedacht, das ist aber echt immer sehr viel Material, was man hier vergeudet. Und dann kam ich mal, hatte ich die Überlegung, machst du einen Steg? Aber ein Steg ist ja eigentlich so in der Fläche. Und dann kam ich auf die Funktion Ripper und ich hab mir gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was ich brauche, aber warum benutze ich das eigentlich nie? Weil, wenn wir uns das jetzt mal anschauen und sagen jetzt einfach, wir machen jetzt hier einfach mal so einen Bogen hin, wie wir sagen könnten, ja okay, hier hätte ich gerne Support-Material. Und was gibt's für Fertigstellen? Und ich auf der Stelle eine Rippe gehe, hier Rippe, und wähle das Ganze aus. Und dann hab ich das erstmal, okay, das war meine Einstellung, die ich hatte. Dann hab ich gesagt, ja, okay, mach das zwei Millimeter dick. Und dann hab ich mir gedacht, was, was ist denn das für ein Mist? Hab ich das umgedreht? Ja, bringt mir halt auch nicht viel, ne? Und dann kam's mir, da ist das eine... Das ist alles ein bisschen tricky. Also in eine Richtung ist das Wichtige für mich. Und man kann die Tiefe ja sogar selber bestimmen. Das war ganz cool dann. Also, das heißt, wir haben jetzt hier einmal die, die wir selber bestimmen können, und wir können die hier selber bestimmen. Und plötzlich macht das auch alles Sinn, was er hier macht. Also sobald er seine zwei Flächen erkennt, macht das auch Sinn, was er hier tut. Und dann kann man das hier zum Beispiel sagen, das soll nur zwei Millimeter dick sein, oder vier Millimeter dick. Und in diesem Fall hatte ich dann hier eine sehr schnelle und schöne Kontur, um sowas zu erstellen. Wo ich sag, hey, klasse eigentlich, wenn du einen Überhang hast irgendwo, was hier zu groß ist, zu drucken. Machst du halt einfach eine Rippe rein. Weil das, ja, das supportet einfach den Körper geil. Muss ich sagen. Weil wenn der Druckgang hier hochläuft, zack, 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 zack. Und dann zieht er den Faden einfach von hier nach hier. Optimal. Ja, genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, das Thema Rippe, das schauen wir uns heute einfach mal an. Bevor wir in Freiform einsteigen, morgen oder so, das nächste Video auf jeden Fall ist Freiform, wollen wir uns das Rippe nochmal anschauen. Sagen wir mal, okay. Sagen wir mal, ist ja eine ganz schicke Lösung. Aber es war ein bisschen fieselig. Jetzt das Ganze einzustellen, dauert mir persönlich ein bisschen lange. Aber das Coole ist, was man machen kann, man kann im Volumenkörper eine Linie extruieren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, war fieselig. Okay, an was lag das? Dann habe ich mal nochmal anders gedacht. Das heißt, wir kopieren jetzt mal den Körper, wählen den Körper jetzt mal aus und sagen mal Kopie erstellen. Setzen wir den da hin und sagen, okay, so. Dann können wir das Ganze hier vorlaufen lassen. Sag dich. Fertig. So, dann gehen wir nochmal auf Prüfen. Das Prüfen kennen wir ja alle, dass es hier eine Schnittanalyse gibt. Und dann wählen wir das hier einfach mal aus und sagen, das Ganze soll minus 10 sein. Dann sagen wir, okay. So, jetzt sind wir ja genau in der Mitte vom Körper. Und wenn ich jetzt hier drauf eine Skizze lege und wir dasselbe einfach nochmal bunt machen. Also, wir schnappen uns die beiden hier. So, hoppala. So hier. Sagen wir, Skizze fertigstellen. Ah, jetzt habe ich die falsche Skizze eben in der Tiefe ausgewählt. Ein Fehler. Und Skizze. Okay, das mag er nicht. Er mag das nicht auf eine Schnittanalyse aufzulegen. Aber okay, dann lass uns mal die Analyse deaktivieren. Analyse, da. Und dann nehmen wir einfach mal die Konstruktionsfläche und setzen die einfach mal in minus 10 rein. Jetzt sind wir genau da, wo ich hin wollte. Wir haben eine mittlere Fläche. Da machen wir einfach mal eine Skizze drauf und sagen jetzt einfach mal hier drei Punkte Bogen. Dafür brauchen wir nochmal P für Projektion. Projizieren den ganzen Körper rein. Sagen wir, okay. Apropos Projektion, wenn ihr das nicht wisst, was ist. Ich habe ein mega Video darüber gemacht. Also ich war selber überrascht, dass es fast vier Unterkategorien von Projektionen gibt. Also, naja, geht was, ne? So, jetzt haben wir das hier fertiggestellt. Das heißt, wir haben jetzt wirklich tatsächlich die Linie in der Mitte unseres Körpers. Und jetzt plötzlich macht dieses ganze Rippezeug auch echt Sinn. Lassen wir uns mal auf die nächste Fläche hat er eingestellt und hier war eine Richtung. Okay. Wir wählen das jetzt einfach aus und sagen, das soll dann zum Beispiel vier Millimeter dick sein. Und wir sehen, er macht dann, echt cool, hier eine Rippe rein von vier Millimetern. Er macht das jetzt nicht mit dieser Aussparung, weil er ja auf die nächste parallele Fläche gelaufen lässt. Sondern aber er macht das auf dem kompletten Körper. Und das ist echt schick und total schnell anwendbar in diesem Fall. Ja, genau. Das ist das, was Rippe macht. Und wir könnten jetzt auch wieder sagen, mach ja, die Tiefe machen wir bitte anders. Hier 15 und dann machen wir ein bisschen mehr. Und dann können wir das selber einstellen, wie weit wir das gerne haben wollen. Oder wir können auch einstellen, soll es so sein oder soll es so sein. Also, wo es halt von der Linie liegen soll. Soll es auf der Linie oder unterhalb der Linie liegen. Genau. Und das ist so eigentlich die Grundfunktion von Rippe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also, okay. Wir konnten ja auch mit Steg dann einfach statt einer Unterteilung, wie wir es hier bei Steg hatten, um etwas zu supporten, konnten wir ja auch eine Unterteilung in so einer Box machen. Da habe ich gedacht, geht das dann mit Rippe auch? Das heißt, wir holen uns mal einen Quader hin. Legen den mal hier drauf. Und ziehen das jetzt einfach mal so 20 Millimeter runter. Sagen wir mal Skizze, Schale, 2 Millimeter. Und dann habe ich mir gedacht, hier müsste eigentlich auch gehen. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach eine Skizze. Und da könnten wir einfach eine Skizze hier unten drauflegen, wo wir sagen, ja, so kämen wir halt Rippe. Und dann machen wir das einfach mal. Also, oder Steg kennen wir jetzt so in diesem Fall. Dann lassen wir uns einfach mal hier so random eine Linie reinschmeißen. Das haben wir mal fertiggestellt. Und dann probieren wir das mal aus. Also, Rippe hier drauf. Unterteilung. Ja, wir haben hier zwei Parameter. 10 und was weiß ich, wie hoch wir das Ganze haben wollen. So, zum Beispiel. Und wir sehen auch hier, erweitert er uns die komplette Linie. Wir können auch auswählen, auf welcher Seite diese Linie liegen soll. Und wir könnten zum Beispiel sagen, lass es symmetrisch sein. Oder in eine Richtung. Ah ja, okay. Das war es hier. Entschuldigung. Also, symmetrisch könnte man hier sehen zum Beispiel. Dann geht es hier unten weiter. Okay. Das wollen wir aber in eine Richtung haben. Und da sehen wir auch hier, mit könnten wir Unterteilung machen. Jetzt nicht so schön wie mit Steg. Ich würde nur noch einen Steg bevorzugen, weil wir jetzt hier in diesem Fall innerhalb von einer Linie arbeiten, während der Steg die Linie komplett verdeckt sozusagen und eine Form erstellt. Aber auch das geht mit Rippe. Und ich sage mal, gerade in dem Bereich, wo man Sachen supporten will, zum Beispiel jetzt mal haben wir, sagen wir wollen das Ganze hier aufrecht drucken. Dann machen wir einfach dasselbe wie oben. Wir gehen hier hin und legen uns hier einfach eine Skizze hin und sagen, hier, supporte mir bitte, das ist ein Beispiel P für Projektion, die Fläche kurz reinholen, die Skizze. Supporte mir bitte dieses Eck, weil da weiß ich nicht, was mein Drucker macht. Ich möchte auch gern dieses Eck supporten. Und dieses Eck. Und dieses Eck. So, das geht zu Fertigstellen. Und dann gehen wir auch hier einfach wieder auf erstellen Rippe. Schnappen wir uns den hier. Okay, tatsächlich, man kann einfach, ja, das ist ja etwas gelassen. Das Problem bei Rippe ist anscheinend, dass man nur eine Sache auf einmal auswählen kann. Und er hat hier einen Bug. Das heißt, wir sind jetzt symmetrisch und jetzt, wenn ich eine Richtung umschalte, geht das in eine Richtung. Das heißt, er vergisst es, sich zurückzusetzen. Hm, interessant. Na, okay. Aber wir sehen ja auch hier können wir ziemlich einfach hier dann unsere Supports reinbauen. Die könnten wir jetzt hier einmal durchziehen für alle. Und ja. Genau. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, dass wir das jetzt mittlerweile fast komplett durchgesprochen haben, das Ganze. Ich sehe jetzt hier irgendwas Ausgegrautes ableiten. Das muss ich mir nochmal schnell anschauen, was das ist. Das wird auch nochmal ein ganz interessantes Video, glaube ich. Weil das könnte das Leben echt einfacher machen. Und das nächste Mal schauen wir uns Freiformen an. Und bis dahin, geiles, geilen Tag und viel Spaß im Fusion. Und ja, freut euch auf Freiformen.